Aber ich will die alle drei haben und da muss ich es nur noch schaffen, in Anführungsstrichen, nur noch schaffen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche bösen Sachen waren. Oh man, 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 man. Aber hier holen wir auf jeden Fall noch alle Edelstein. Ich werde dann nochmal zurück in die zweite Welt gehen. Okay, okay. Okay, es ist gar nicht so schwer, Dennis. Es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Theoretisch habe ich schon hier die Edelstein einmal geholt. Leider wird meine Befürchtung wahr. Und zwar ist das Schnibbel das Game Overgate. Wo die Leitung ein bisschen warnt, da ist es noch ein Stückchen, glaube ich, noch. Ich kriege keinen Fall. Das ist treuig. Danke. Da waren sie. Zack. Jawoll, die geht. Und das Leben haben wir auch. Super. Was will ich denn mehr? Hey, das Leben direkt wieder verlieren. Brücke. Das ist so ein unnötiger Lebensverlust, ne? Echt mal. Was ist denn hier kaputt? Ich bin gesprungen. Ohne Scheiß. Och, Jungs. Lenken. Lenken. Bitte. Oh, was? Lebt. Lebt dich da so halbfest. Okay. Okay, okay, okay. Fuck. Wie habe ich das denn geschafft? Schönen Schwung zu machen, ey. Mein Gott, Dennis. Jetzt kriege ich das nicht, was mir überhaupt hinzubekommen ist, ey. Ich habe eigentlich jetzt ein Leben da verloren, wo ich eigentlich immer erwartet hätte, dass ich die da ver... ey. Jetzt, jetzt hört der Spaß auch irgendwann echt mal auf. Ich habe jetzt alles direkt hier. Ich kann hier unterspringen, ey. Jetzt muss ich gar nicht mehr hinzubekommen. Und jetzt? Heia! Und voll rein! Sehr gut, Dennis. Ey. Hehehe. Hochgebar. Hochgebar. Ah. Darf ich mich noch nehmen? Oder? Jawohl. Ey, ich habe noch versucht. Oh, ist das geil. Komm schon. Bremschau'n. Bremschau'n. Und? Hey, ja. Voll daneben gesprungen. Auch gut. Dann scheiße auf die Edelsteiner erstmal. Du müsstest es verbessern. Und nochmal hier hinten zurückarbeiten sollt. So, was kostet die Welt? Und nochmal. Ne, das ist... 1, 2 will ich nicht verpassen. Wenn die Nighthookkiste ist... Ich werde angerufen. Wo werde ich jetzt angerufen? Oh, einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe leider keine Ahnung mehr, was jetzt hier... Ach, ich bin tot. Okay. Und Game Over. Schön, schön, schön. Gut, okay. Ich fahre jetzt einfach mal durch und guck, was ich kriege. Ja, wirklich. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit mache, dann kann ich lieber... immer versuchen einzukriegen. Das ist dann, glaube ich, sinnvoller. Selbst wenn ich dann dreimal hier wieder zurückgehen muss. Ist zwar ärgerlich, aber was soll ich machen, ne? So bin ich halt. Jetzt pass auf, jetzt kriege ich sie alle drei. Dann wär's doch. Das ist jetzt... Das ist... Also die stelle hier gerade, die waren ziemlich böse, finde ich. Da, wo es so... diese Einengung ist, wo ich dann durch die Mitte fahre. Ab durch die Mitte! Ausrufen sind wir wieder irgendwie bekloppt. Ui! 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 Ich meine, der erste Edelschein ist kein Problem mit in der Drückliste, aber... Das geht ja noch. Und sobald ich noch ein Leben habe, fahre ich dann durch. Das ist jetzt meine Regelung. Ich brauche so eine Regelung, weil sonst... sonst mache ich dann so lange, bis ich denke... Du schaffst das! Habe ich nicht gerade noch gesagt, das ist kein Problem? Ha! Ha! Ich bin da gerade immer wieder fest. Wechsel! Wechsel! Okay, 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 okay. Jetzt, hier, ne? Nein, noch nicht. Da unten, genau. Und... HAPPA! Nein! Das Leben ist ganz wichtig. Öff, da... Patapata, patapata, patapata. Okay. Na, ich... Habt ihr gesehen, der hat sich so... Der hat sich zwar einerseits da fest dran geklebt, aber irgendwie... Andererseits hat das auch nicht funktioniert. So, wie er sich das bedachte. Heh. Genauso, wie das jetzt nicht funktioniert, so wie ich mir das gedacht hab, eigentlich. Na ja, was soll's. Okay. Ja, danke, danke, das ist voll schön zu mir. Und vielleicht ein neues Leben, das ist auch ein sehr, sehr, sehr Vorteil. Ha! Dankeschön! Nei! Oh, das ist sowieso der Schwierigere von den beiden. Halb. Manchmal springt er auch so hoch, manchmal nicht so hoch. Nicht so hoch. Wenn ihr irgendwie versteht, was ich meine. Wie hab ich das denn einmal geschafft? Ich hätte... Nicht zu gierig sein. Hei! Ja! Nein, in der Güte! Oh, da geht bestimmt wieder einer flöten. Ach, verflucht. Scheiße. Und da ist die Freundin schon wieder weg. Hei! Okay, ich darf einmal versuchen, ob ich die Kisten krieg oder nicht. Ähm, ja, gut. Ich finde, das wird auch geklärt. Gut, scheiße. Also, ich meine, das ist scheiße. Das ist... Finde ich nicht gut, dass ich hier nochmal zurück muss, aber ich kann nicht anders. Und, äh, okay. Nein, nein, nein. Sanuda da! Vielleicht werde ich gleich ein bisschen Rennerei doch wirklich rausschneiden. Ich guck mal. Das ist viel zu viel Leid, du wissen, echt. Viel zu viele Sachen, die mich direkt töten. Und wir packen, wir tollsachen, die das Leben schöner macht. Nein! So, und jetzt. Wir machen Backflip. Ich glaube, jetzt spiel irgendwas. Okay? Okay. Auch das Beschlusskissen. Okay? Das muss gleich gewesen sein, glaube ich. Ja, okay, sind wir hier. Ja, ja, bitte. Jetzt sind wir beim Lieblingslevel. Hey. So, gucken wir, wenn wir jetzt wieder eine Plattform geben. Oder einen Beamer, der uns dann einfach wieder nach oben da raussetzt. Aber nein. Schade. Hätte ja sein können. Ich sehe nichts. Okay. Ich hoffe mal, da oben ist dann direkt irgendwas, wo ich irgendwo hinkomme. Was gut für mich ist. Ach, das ist schön, weil jetzt sind wir bei zwei kom... Ich bin... Ich bin doch gerade auf Ikonen aufgekommen. Was soll das denn? Das ist schön, dass ich bei zwei kompletten Welten jetzt alle Edelsteine habe. Das ist echt top. Oh. Ja gut, im Eislevel fehlt uns dann halt noch hier der... Pfff... Eine Mob mit da, halb so wild. Weg weg. Können wir nicht mal. Hey, 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 hey. Ich kriege gerade Hunger. Ich glaube, ich mache vielleicht ein bisschen Grünkohl. Oh, der Grünkohl von meiner Mutter, ne? Boah, das ist so ein Traum. Echt. Da stehe ich so drauf. Vor allem, wenn dann schon so irgendwie zwei Tage Kühlschrank steht. So ein bisschen mit mir so durchgezogen ist und so. Ach, geil. Obwohl ich gar nicht so in der Hausmannskostik bin, irgendwie. Aber Grünkohl ist echt... Fast so geil, wie wenn man durch irgendwelche Schlitze fällt, wo man gar nicht denkt, dass die da überhaupt existieren. Oh, ich nehme schon wieder gleich anderthalb Stunden auf. Das ist unfassbar. Viel geschafft habe ich nicht. Ich weiß, aber... Naja. So bin ich nun mal. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Okay. Da-da-da-da. Nicht sterben. Ich kann hier noch gegen Over gehen, ne? Der hat nur nicht gespeichert. Nur als Info. Ich glaube, ich muss mal die Kamera drehen. Oft, weil... Das ist oftmals ziemlich ungünstig. Ja, genau. Das ist richtig. Ich stelle mich gerade hier echt... Unglaublich doof an. Das tut mich hier gerade echt schwer. Wow. Es sind einfach nur Trampolin-Kisten, denn... Das ist nichts Böses. Das ist ja niemals auf Zeit oder so, aber ich kriege das gerade nicht. Wobei Schwierigkeiten liegen. Okay. Heps. 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 Hup, 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 hup. Hup, hup. Ja, auf jeden Fall nur, um auf die gewernt und zurückzukommen. Also die ganzen... Kleinigkeiten, die ich halt bemängelt habe... Die... Sind jetzt nicht so schwerwiegend, dass... Scheiße, aber in solchen Momenten, ne? Oh, das ist die Hölle. Denn wenn man sowieso die ganze Zeit verkackt und so und dann noch das Spiel, die ich mitmacht, so wie man es gerne hätte, das ist nicht schön. Wirklich nicht. Ich würde gerne sprinten. Sprinten, sprinten, sprinten. So viel war hier in dem Level, glaube ich, nicht los. Da sind sie. Lasst sie gehen! Nehmt mich stattdessen! Weil von hier aus komme ich, glaube ich, noch nirgendwo hin, oder? Schweißet nische, Schweißet nisch. Ich würde mich ja echt lieben gerne nochmal an die Rutschbahn vom Eislevel wagen. Aber hier war auch nirgendwo ein Schiff oder so, ne? Es wäre cool, wenn das Schiff uns überall hinbringen würde. Einfach sagen könnte, da bin ich jetzt hin. Aber hier muss ich ja quasi die ganze Welt machen. Ich muss den ganzen Flugtkack machen. Oh nö, da habe ich jetzt gerade echt keine Lust drauf. Dann gibt es ja irgendwo die Möglichkeit, mich hier wegzubeziehen. Weil das ist ja immerhin die Mainwelt. Also, ne? Das, was das mit den anderen verbindet. Von daher soll es hier eigentlich schon so etwas geben. Nein, ich will jetzt mit diesem Google-Licht spielen. Danke. Was das? Was das? Äh, äh, sieht aber nicht so aus. Scheiße. Oh Mann, oh. Mann, oh. Oh Mann, das, was mich einfach nur nervt ist, dass ich dann die ganze Feuerkram wieder machen darf. Viel anderes gab es hier ja nicht. Wobei, pff. Im Endeffekt geht das eigentlich auch fix, wenn man sich da, nicht da, hier nach, jedes Stein so'n Kack auch so hält. Wenn er auch mal ein bisschen schneller laufen würde, fängt es ja auch ziemlich doll. Habe ich eigentlich schon rausgefunden, was der die ganze Zeit immer so vibriert hat? Dann speichern wir mal hier ab, rückstüch. So. So, so. So, so. So, so. So, okay, komm. Oh, Tex, dann, 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 dann bensel ich dich da mal eben durch, dann würde ich sagen. Kriegen wir schon hin. Wenn das denn hier fehlt mir auch noch ein Edelstein. Halt's mal direkt an der Ausschau. Komm ich drehe mal wieder um. Gut, darf ich nicht. Als Blaise. Ah, ich muss jetzt mal hier warten, bis die Segel kaputt ist. Komm, Cortex, bitte. Ich finde es lustig, dass er in der Luft einfach weiterläuft. Ist ihm einfach scheißegal. Nein. Zu spät. Och, Mello. Oh, eine Wuppertflug. Da wird noch ein zweites Leben. Und der böse Crash, der spackt wieder ab. Wie es sich gehört. Eigentlich, ich habe so eine Hypothese. Ich glaube, an so einem Spukkisschen. Da zum Beispiel könnte auch noch was sein. Oh, eine Nase. Ich habe so ein Fenster, ne? Ah, Mist. Weg. Dankeschön. Weg. Dankeschön. Weg. Dankeschön. Weg. Weg. Dankeschön. Zack, zack. Okay. Das erste jetzt durch? Nein, noch nicht. Super. Okay. Und weg. Gut. Äh, Cortex ist durch. Ich gehe jetzt nochmal zu einem Einsprungkistchen hin. Das könnte sogar ganz sinnvoll sein, was ich hier mal verzapft habe. In meinem Gelaber. So. War leider nicht sinnvoll. Schade eigentlich. Welche Farbe hat denn der, der uns fehlt? Das ist der Niederne. Okay. Das sieht man ja auch so gut im Wasser, ne? Ach, Mann, oh, ich will den jetzt haben. Gib ihn mir. Zieh dich nicht so. Zieh Kürbis. Und wer weiß auch überhaupt, ob der mir hier fehlt. Vielleicht fehlt der mir auch woanders, ne? Ach, scheiß drauf. Naja, tatsächlich. Hab ich den Checkpoint gehabt? Nein, hatte ich nicht. Och, Mann. Och, Mann. Och, Mann. Ach, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden, weil das ist jetzt eh nur blöde Rumlauferei. Ich, selbst wenn ich den finden werde, den Edelstein, werde ich ihn nicht einsammeln. Der, der mir jetzt hier in diesem Level noch fehlt. Ähm. Ich bin auch froh, dass ich jetzt schon immerhin zwei Edelsteine aus dem Rutschlevel geholt habe. Ich weiß theoretisch, wie man den dritten bekommt. Und das ist auch schon mal viel wert. Ich glaube, dadurch weiß ich auch, wie ich alle Edelsteine in der Rutschwelt des Schnees bekommen kann. Ich glaube, da fehlen mir sogar noch vier Stück. Und die erste Welt haben wir halt komplettiert. Wir haben Endgegner besiegt in anderthalb Stunden. Naja, war jetzt nicht sonderlich produktiv, aber immerhin haben wir überhaupt was geschafft. Da bin ich ja schon froh drum. Gut, äh. Ich habe euch eigentlich gefallen. Wie gesagt, äh. Nächste Aufnahme wird wahrscheinlich die letzte Aufnahme sein von diesem schönen Projekt. Ja, von diesem schönen Projekt. Jetzt lobe ich mich ja damit selbst. Von diesem schönen Spiel mal hier eigentlich. Und, ja. Ich sage dann einfach, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.